Musik Hallo, herzlich willkommen an Bord. Euer GamerTV Marvin. Ich bin gerade in GTA 5 unterwegs. Na dann können wir anfangen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja dann können wir anfangen. Viel Spaß. Darf ich einmal den Wagen haben? Dankeschön. Ja, was macht ihr noch so am Wochenende, Leute und Gamerleuten? Ja, wir gehen später noch über die Kirmes etwas. Ah ja, hier bei uns Kirmes ist. Ja und dann mal gucken, was noch so geht und wo muss ich jetzt hin? Ich glaube, ich habe mich hier vertan. Also ich habe mich verfahren. Ja dann fahren wir mal hoch. Hoch. Mannometern, ey. Wo fahre ich hier eigentlich lang heute? Oh. Habe ich den getroffen? Nein, dann kommen wir schnell raus hier. Ja, dann fahren wir mal los. Weiter geht's. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Was wir jetzt machen müssen. Ja, fliegen. Cool, fliegen. Dafür brauchen wir noch ein Flugzeug. Naja, ich fahre hier ein bisschen rum, Leute und Gamerleuten. Hey, das ist doch mal was hier. Wui. Auf, los geht los. Hey. Waha. Wui. Und runter. Ja. Oha. Oha. Wie der Wang aussieht. Der Wang sieht ja nicht gut aus, Leute. Oha. Und weiter geht's. Oha. 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 Wie mein Wang aussieht. Oha. 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 Ja, dann fahren wir mal hier rein. Mal ein bisschen rumgucken. Oha. 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 Ja, dann fahren wir mal weiter, Leute. Und gehen wir Leuten weg hier, abhauen. Ich mit meinem kaputten Wagen jetzt auch noch hier. Ja, mal rumgucken hier, ob ich hier noch einen anderen Wagen finde. Aber jetzt nicht. Weil ich muss erstmal hier ein bisschen weiter wegfahren, wegen die Polizeiautos. Weil sonst erwischen die mich. Ja, ich spiele mit der Tastatur. Ich spiele mit der Tastatur, ja. Ja. Und was macht ihr noch so, Leute und Gamer-Leuten? Ist ja erstmal Freitag heute. Freitag am Abend ist es. Ja, dann mal schnell hier in den Wagen rein. Da ist es nicht gewesen. Wegkommen, ne, Leute? Ja. Es wäre sehr, sehr nett von euch, wenn ihr mich unterstützen könnt. Mit einem Abo und einem Daumen hoch. Euer GamerTV Marvin. Wäre echt, echt nett von euch, Leute und Gamer-Leuten. Oh, das ist nicht so nett von euch, Leute und Gamer-Leuten. Ja, dann gucken wir mal, wo wir hinfahren jetzt. Was wir machen hier. Mal gucken ein bisschen. Was wir machen hier? Okay. Hier ist ja Wasser. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Ach, einfach versuchen. So, jetzt kann ich runterfahren hier. Bloß nicht im Wasser reinfahren, Leute. Ja, dann fahren wir mal hier weg. Wir fahren mal wieder zurück nach oben. Wenn ich hier hochkomme. Das war's dann für heute erstmal, Leute. Und, Gamerleuten. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Gamerteam von Marvin. Yo, show. 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 Bis zum nächsten Mal.